Was geht ab Leute? Heute wieder ein neues Video von mir wieder mit Karol. Er ist wieder am Start. Und weil der erste Teil davon so gut angekommen ist bei ihm, dachten wir, wir drehen jetzt einfach direkt den zweiten Teil von den WM-Mannschaften. Da werden die Spieler von den Vereinen angezeigt. Dies, das, ihr kennt das. Und dann muss man halt die Nationalmannschaft... Leute, bevor wir anfangen, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich schaue kaum Fußball an, weil ich keine Zeit habe. Und ich bin kein FIFA-Spieler, ich habe keinen Plan von den ganzen Vereinen hier, von den ganzen Ländern. Ich tue mein Bestes und tut mich nicht haten. Egal, ich tue mich eh haten. Ist okay. Ja, ihr hatet immer, ich weiß, ihr wisst alle Antworten. Ihr seid Albert Einstein und Jimmy Neutron zusammen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an. Komm, Gibi. I am ready. Das ist der World Cup-Team. Guck mal, das fängt direkt an. Jetzt fängt schon an, wo ich denke, Digger, willst du mich komplett ficken? Diesmal bin ich aber auch ehrlich raus. Härter Spieler rechts. Hä? Busa links. Wer ist denn? Ich muss da komplett raten. Der andere Spieler ist Aaron Moy. Wer ist Aaron Moy? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Island. Australien. Eine Mama, Alter. Wer ist Lecki? Direkt verkackt? Okay. Okay, mach ich kurz. Ich muss schnell die Feine abchecken. Der zweite Lerpo-Winger. Oh. Ja, wer ist der zweite? Digger, wir verkacken diesmal aber anders. Hate is real. Egal, Klicks kommt. Ähm, keine Ahnung. Sinniger. Ich wollte sogar, ich habe sogar Sinniger im Kopf gehabt, weil man nicht. Oh mein Gott. Nein, ich habe einfach nur Sinniger gesagt, aber das sage ich es nicht. Die 0,0. Was ist das für? Oha. Ey, das muss irgendwas. Das ist irgendwie so Südkorea oder so eine Scheiße sein. Wow. Cap 12. Keine Ahnung. Wow. Was ein Tipp. Oh mein Gott. 0% Ahnung wieder. Leute, diesmal verkacken wir aber richtig. Ich bin ja komplett raus, Digga. Keine Ahnung. Iran. Zurück Korea. Iran. Oh mein Gott. Iran. Ja, 1 zu 0. Ja, bla, bla, bla. Das war aber letzte Sekunde, weil du iranisch seinst. Oh mein Gott. Warte mal. VfB. VfB und Dortmund. Okay. Hamburg. HSV. Ähm. Fuck, ich bin VfB-Fan. Warum eigentlich das nicht? Ey, diesmal. Und Gala. Ich kacke ja komplett rein in diese Funktion. Ich kacke komplett brain out. Wart mal. Wart mal. Hä? Japan. Japan auch. Zu früh. Ey, das zählt, weil du nicht, du wichst. Ich hab zu früh. Aber ich gönn dir 1-1. Okay, komm. Ich gönn dir 1-1. Weil ich dachte, wir gehen nicht wegen der K. Aber ich schuhe, ich dachte auch nur Sakai und so. Ja, aber wir müssen uns hier mit 3-2-1-Mann holen. Ja, aber eigentlich da, aber ich hab zu früh gesagt. Ich wichst. Oh nein. Egal, ich gönn dir 1-1. Aber heißt Small ist die kleinste Schrank oder die schlechteste Mannschaft? Weiß ich auch nicht. Von der Arabien. Island. Was weiß ich, Digga, Mann. Ey, dieses Mal sind aber ein Prank. Aber Digga, alles ist klar, die ganzen Menschen, wenn den Hayden, die wissen eh alles. Digga, woher kommt ihr, Mann? Was ist das? U, bitte überhaupt. Was ist das hier? So ein Cry. Nein, nicht mal bei FIFA. Leute, ihr seid bitte real und sagt mir bitte, dass ihr es auch nicht wisst. Was war stand da? Boah, ich weiß gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ähm, keine Ahnung, Russland, was weiß ich. Ich wollte auch nur Russland, weil ich den russischen Stürmer vor... Verfahren? Verfahren, deine Mom ist verfahren, Alter. Was ist der überhaupt noch spielt? Okay, warte mal ganz kurz. Wer ist Red Bull Salzburg, Red Bull Salzburg, 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 Stürmer. Keine Ahnung. Digga, das ist ja behindert. Nein. Hä? Warte, ich weiß es. Aber mir fällt das Land gerade nicht ein. Das ist... Warum sage ich nicht diesmal viel Korea? Ich weiß... Ich wusste, dass es Song ist, aber ich so fuck, welches Land ist es in Japan und wie ist das? Digga, was hast du da rausgesucht, Digga? Ich sehe hier Vereine... Belgien, auf jeden Fall in der Verteidigung. Aber Belgien heißt, dass er vereinslos ist? Afrika. Ähm... Ja, danke, dass du es jetzt sagst, Digga. Ja, da stand doch da, Afrika ist doch kein Team, Digga. Keine Ahnung, 8 ist auch vorbei. Tunesien. Die sind überhaupt dabei? Digga, 1. Wie? Es ist noch keiner. Hä? Aber 1-1, Mami. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist irgendein... Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Das ist irgendein... Das ist dann... Hä? Was? Niemals, ich hab keinen Plan. Hä? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Weil das ist der Saudi-Arabien, 2-2. Aber du hast es zu früh gesagt, diesmal nicht. Aber ist doch klar, guck mal. 2-2, ja. 2-2. 2-2. Jetzt kommen einen, den müssen wir hinkriegen. Real? Juve? Warte, das ist ähm... 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 Wer spielt hinten links bei Real? Außer mal... Celo... Fuck, ich glaube, ich bin raus, Alter. Ich bin auch raus, Digga. Kamerun. Keine Ahnung, Marokko, Digga. Nichts gegen Marokkaner, aber wer ist Hakimi? Okay, danke. Komm, ey, wir sind so schlecht, diese Folge. Wieder Salzburg ist der einzige Club, den ich hier kenne. Ich kenne ein paar mehr, aber die Spieler... Puh, was? Das erste Mal, oder wie? Leute, die Folge haben wir komplett... Hast du eben genommen? Ey, Garth, was ist nochmal? Panna... Ach, stimmt! Panama! Nein! Das ist ja so im Nachhinein auf alle fällig! Nein! Okay, okay! Chelsea, Werder... Panna... Hätt wohl Läufe... Bei 3, 2, 1 sagen wir die da nicht. Nicht, dass nach was kommt, aber... Warte, ich hab... Wer ist in Leipzig außen? Ich hab grad Dänemark... 3, 2, 1... Dänemark... Warte mal, warte mal, ich hab wieder das! Okay, googeln nach! Welches Mal? Jetzt googeln wir einfach nach! Weiß, es steht 2, 2, wir müssen googeln! Ich hab Dänemark gesagt! Jetzt googeln wir jetzt nach! So, Leute, das war's! Nein, 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 nein! Ich hab bestimmt nicht! Wir lassen das 2, 2! Okay, Leute, ich schreib in die Kommentare, ob Dänemark gestimmt hat! Unentschieden zuerst mal zwischen uns bei einer Challenge! Aber man muss auch sagen, zum ersten Mal komme ich mir nicht komplett dumm vor, weil selbst der FIFA sucht die Mirko es nicht gepeilt hat, aber Leute, jetzt bitte Hand aus Herz, okay? Ihr könnt von mir aus haten, juckt niemand, okay? Aber wenn ihr mehr gewusst habt, dann weiß ich auch nicht, wenn ihr mehr Mannschaften erraten habt, aber seid mal ehrlich, diese Folge war extrem schwer! Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, unten verlinkt, checkt da nochmal das ab! Lassen einen Daumen nach oben geben, kommentieren, wie gesagt, ob es Dänemark war oder wie ihr abgeschnitten habt! Und natürlich beide Kanäle abonnieren, weil die Kings auf YouTube ist natürlich wir, auch wenn wir komplett verkackt haben! Deswegen, Peace out, bis morgen Abend, haut rein!